Hallo und Willkommen wieder zu einer neuen Folge von CSGO mit Umme. Wieso hast du gerade geschworen? Ich habe kurz einen Cut gemacht. Weil das schon zu lange wäre die Folge. Deswegen habe ich kurz einen Cut gemacht, Jungs. Wir sind immer noch in dieser Runde hier. Und wir legen gerade zurück. Aber wir holen auf. Ich will mich schon mal auf, Jungs, was kommt. Da kommt bestimmt nichts. Kein Ding, da kommt was. Alles safe hier. Ich weiß nicht, das war tot. Ich habe hier so ein Metzelfahrt-Seite. Das ist ja alle tot. Auf einmal kamen da zwei raus. Ich dachte so, ich sterbe gerade. Ich bin ganz extrem. Ganz extrem war das gerade. Ich weiß nicht, wie da ist. Deploying deploy. Flowing smoke. Deploying flashbang. 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 Grenade out. Fire in the hole. Junge. Da war es noch zu gut. Flushbank. Throwing fire. Da ist hier einer. Da ist einer. Ja? Hier, ich, nein, ich bin selber noch am Leben und ich dachte grad, ich wäre einer. Da war einer, wo ich gefragt hab, ob da einer ist. Da war einfach einer. Okay. Verstörte Tür. Alles safe hier. Wir legen grad die Bombe raus, mein ich. Na, glaub ich nicht, die Bombe ist da bei den Leuten. Pass auf. Ja, ich hab's bemerkt. Throwing fire. Get under terrorists win. Ach, du brach dich grad. Oh, sind alle tot. Kampfen gehen. Neue Runde, neues Glück. Ne, jetzt geht's hinter. Wir schaffen das auch. Hier, da war ich. Man kann auch irgendwas sputen, können wir. Ich muss mal ein bisschen lauter sputen. Vielleicht noch was irgendwann. Ja da hat jemand die Tür aufgemacht, einfach in die Tür reinschießen. Wenn er rauskommt sehe ich ihn. Oh ich hab den. Perfekt. Ist da noch einer? Hier ist noch, hier ist einer der dauchert. Alles safe, alles safe. Sollten wir nicht bei A bleiben? Oder jetzt sind alle wieder bei B glaube ich. Bei B glaube ich ja. Jetzt haben wir wieder gebraucht. Wir holen A auf jetzt. Da ist eine Elite. Meine Elite wird. So dann hol ich mir mal. Immer schlimm euch machen. Oh ich werde Flash hier. Oh ich werde Flash hier. Ich überwache mal A. Ja. Ich sag doch wo welche sind. Da kommen. Kannst sicher genau erkennen. Da kommen aber welche. Da kommt einer direkt zu dir. Da ja. Da ist noch. Da kommt noch einer. Oh Scheiße. Meine Bauch fast tot. Oh wird es wieder eine Runde für die Terroristen? Ist doch. Nee kann. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Wird eine Runde für die Terroristen. Ja wenn die es. Sie sind zu blöde um an die Bombe zu gehen. Der ist äh. Ja jetzt kommen alle A dann. Das wird nichts für die. Das wird nichts für die. Jetzt kommen alle A. Ja sie ist ja der ist schon. Übernehmen nichts. Der Typ ist schon tot. Jetzt gehen sie zur Bombe. Und dann ist es wieder eine Runde. Oh das war ganz knapp. Verpackt. Perfekt. Wir holen auf 6-6. Das ist eine spannende. Spannendes Match ist das hier. Wir haben mal überlegt. In der ersten Folge haben wir 6-1 zurückgelegen. Ja. Let's go people. Auf haben wir jetzt ein 6-6 gemacht. So ich hab ja mal eben ne Asi mal drauf. Ja. Flushbang. Laying down smoke. Das bist du wieder mit deiner Art. Ja das bin ich immer. Flushbang. 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 Habe ich den da gesehen. Der versteckt mich. Boah Junge. Oh wie viele sind denn da? Oh lass mich mal schnell hierhin. Pass auf da sind welche. AHH. Ah. Der hat mich schon rien holen. Ist sie tot? Ja. Oh yeah. Da ist noch einer. Pass auf. Ja ich hab ihn gehört. Ja. Da ist da aber noch einer, pass auf. Ah, hey, links. H2. Ich wusste gar nicht, ob ich ihn nicht gehen sollte. Ja, ich hätte mich auch nicht entscheiden können. Wirklich versperrt. Drei, zwei Stück gegen den Rest der Welt. Ja, gehen alle zu A, es gehört nicht zu viel. Oh, das wird noch was. Siehste, da eine Spode, jetzt können sie zur Bombe laufen, können sie eingeschneid werden. Den werden keiner, wenn ich zur Bombe bin. Lass doch lieber Bombe explodieren. Geht zur Bombe, doch. Ja, guck mal, jetzt geht eine zur Bombe, ja, ich komme mal, jetzt... Siehste, das ist wieder nicht zu viel geworden. So, jetzt nochmal die Waffen holen und dann Abmarsch wieder nach vorne. Boah, ich kann mit nur... Ja, ich kann mit nur... Abmarsch. Boah, zwei auf einmal! Ja! A bei A bei A. Ja, der ist tot, der ist tot. Ne, doch nicht, der hat die einfach bekommen, Alter. Ja, der ist tot, der ist tot. Ne, doch nicht, der hat die einfach bekommen, Alter. Ja, der ist tot, der ist tot. Ja, der ist tot. Ja, der hat erledigt. Ja, der hat die... Ah ja, der hat die... Aber wir sind trotzdem die Sieger. Das ist ein Applaus wert, Respekt! Und ich bin nicht letzter. Das ist schonmal geil. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like, der ich würde mich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Ciao!